hallo ich begrüße euch zu einem weiteren video von mir heute werden wir wieder fünf überraschungseier aufmachen und wir werden mal schauen was heute in diesen überraschungseier drin steckt also mit nummer 1 das wird sich sehr es ist es ist so was ist es Das sieht aus wie ein kleiner Flieger. Es ist ein kleiner Flieger. Und zwar, wieder kein Name, sondern TR052 von GoMove. Da gibt es anscheinend zwei Exemplare. So, nach einer gefühlten Ewigkeit ist dieser Riesenflitzer natürlich jetzt fertig. So, hier ist Spielzeug Nummer 1. Fangen wir hier nur so ein bisschen in die Ecke. Und auf geht's, Ei Nummer 2. Ja, das klappt ein wenig. Das hört sich viel versprechend an. So, wir gucken mal. Und das ist... ...nur ein Zusammenbaupusel. Ups. Das war sowieso nur der Ladenweiß. So, wieder von GoMove. Da kommt nur... Also eine Bezeichnung. Da steht da drauf. MPG UN 037 W. Ich nehme mir mal an, ihr könnt es auch lesen. So. So. Spielzeug Nummer 2. Ich glaube, wenn alle 5 solche großen Dinge hat, dann reicht die Bödie gar nicht aus. So. Wir kommen jetzt zu Nummer 3. Schlappert auch noch verdächtig jetzt, wenn nichts mehr. Schlappert. So. Dann gucken wir nochmal 3. Was ist das? Es ist... Ja. Wie soll es an der sein? Wie heißt der hier? MPG UN 039 B. Na gut. Und so sieht Spielzeug Nummer 3 aus. Gut. Dann kommen wir zur Eie Nummer 4. Ja. Es klappert schon wieder ein wenig mehr. Ja. Da bin ich mal gespannt, was diesmal drin ist. Es ist... Ja. Ja. Zwei Kreisel. Zwei Kreisel. Ja. Wahrscheinlich muss es die Kreisel sein. Auch oder von Go Move. Mit der Bezeichnung. Mit der Bezeichnung. In dem Raum steht es auch. FT 082. 50. Und jetzt kommen wir zum 5. Und jetzt kommen wir zum 5. letzten Ei. Das klappert auch mal wieder nicht. Oh. Es ist fest. Mal gucken. Ja. Aber trotzdem klappt es nicht. Und wir schauen mal rein. Und das ist... Oh. Los. Los. Hier. Zwei kleine Runde. Eingepackt. In Folie. Dort werde ich es auch belassen. Und das ist auch aus der Natun Serie. Hier. Das sind wahrscheinlich die beiden. Da gibt es Katzen. Und wir haben hier... Wo steht die Nummer? FT 022. So. Das war dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. So. Bis zum nächsten Mal.